Hallo, grüßt die und herzlich willkommen zu. Wir sind hier schon wieder auf dem Server von der tollen, tollen Seminator. Wie heißt der nochmal? Der tolle Seminator. Der heißt, äh, der tolle Seminator, der Grabenseminator, der Schätzen aus Grabenseminator. Oh, schon wieder. Wir haben beim nächsten Mal keine Videos gedreht und wir haben einen neuen Eisbär, ja. Und ich hab das erste Mal so eine ganz tolle Schaufel, das ist ja eine Schaufel, einen Hammer gekauft, die dann... Und dann hab ich da unten und endlich, und endlich, äh, Graben geholt und endlich Rucksack geholt. Und ich versuch heute hundert, hundert, äh, ich glaube hundert, hundert Tiefe runter zu gehen und hundert Leben. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann den, den Like-Button flanken und dann könnt ihr mich im Roblox unterstützen. Hier auf dem, hier, äh, ich zeig's euch auf den, auf dieses, äh, farbig Auflage, dass ihr den Account eingeben müsst. Diesen Account mich unterstützen, unterstützen, und mich unterstützen zu können. Und unterstützen einfach mal auf dem Server. Könnt ihr mich anfreunden und dann könnt ihr mit uns zusammen ein Video drehen. Das wär richtig, richtig freuen drüber, dass ihr mich abonnieren könntet. Also, okay, ich zeig euch mal nochmal. Ich zeig euch mal, dass ich euch mal schenke, dass ihr mich abonniert. Ich kann noch eine Glocke akzeptieren, wenn ihr euch an den Kanal abonnieren könntet. Das ist mein Video. Und mein Challenge, mein Video, mein Challenge, mein Challenge-Video. Der kommt... Ja. Ich hab jetzt gerade, ich hab jetzt vertaucht, dann. Ich zeig mal den Podcast dann ab, den ich heute ja auch gekriegt habe. Wir haben... Okay. Okay, dann machen wir... Also. Schau den Abruf. Okay. Auf meinen Accounts-Blog. Okay. Okay. Vielen Dank nochmal. Oh, shit. Entschuldigung. Ich hab meine Kamera. Alter. Ja. Könnt ihr mich unterstützen? Ja. Wenn ihr davon... Ich zeig jetzt euch... Ich zeig euch jetzt... Wie mal den Account von Robo... Bin ich... Bin ich... Ich komm ja auch dann wieder in den Robox-Account hier rein. Okay, bis gleich. Hallo heute. Entschuldigung, dass ich leider gepassiert habe. Ich bin gerade hier in mein Hauptmenü gerade. In mein Hauptmenü. Und gerade dazu zu schreien, dass ihr diesen Ding da eingeben solltet. Auf das Home und dann hier auf dieses Ding da rausgehen könntet. Dann könnt ihr mich unterstützen, ne? Könnt ihr mich unterstützen, ne? Und ja. Und dann versucht ihr einfach... Äps, aber kein E, sondern ein... Wie zu... Wie zu... Je... Je... Reis... Und dann, wenn ihr reinkommt... Ach, das muss hier im Spieler reingehen. Warte mal. Wenn... Wenn das hier draus steht... Wenn das hier draus steht... Dann musst ihr diesen Ding ab... Und hier auf diese... Auf hier auf diese dritten... Auf das hier oben drücken, ne? Zeig ich euch gleich so. Und dann... Ha, das ist der einzige Account hier. Und dann drückt ihr... Äh, drauf. Also das ist... Aber ich sag auch nicht bist du. Das ist nicht bist du. Das bin ich eigentlich. Da drückt ihr auf dieses Account... Account drauf. Und hier auf... Ding. Und das ist der einzige Account. Der einzige Account. Keiner hat das. Wie ich. Und dann könnt ihr mich unterstützen. Hier einfach hier drauf drücken. Auf dieses Freunde... Freunde-Ding. Und dann wenn ihr... Und da werde ich sofort auf das Freunde-Ding drücken. Und dann... Könnt ihr mich unterstützen. Und sogar den Roman unterstützen. Das ist der Roman. Also Roman. So. Dann, ne? Viel Spaß mit dieses Video. Und da kommt doch mal was nächstes. Leute, wenn ihr nicht vergessen möchtet... Nicht vergessen. Nicht zu vergessen. Nicht. Auch hier oben auf das Ding zu drücken. Und dann... Nämlich... Nämlich... Nämlich hier eingeben auf den Account aufstehen. Und dann schreibt ihr nicht... Äh... Wie zu reißen. Sondern... Fabian... Unterstrich... Unterstrich... Unterstrich 456. Dann könnt ihr mich unterstützen dann. Und dann... Drückt ihr dann... Äh... Warte. Ich muss das jetzt einfach mal kurz auf das Ding drücken. Dann könnt... Und dann hier... Da hier auf dieses tolle... Äh... In dem ersten Raum... In dem ersten Raum drücken. Hier an dem ersten Raum drücken. Hier oben. Nicht auf die anderen Videos. Sondern auf diese... Spiel... Wo das neue... Wo das Unterstrich ist. Und da könnt ihr mich... Und dann hier... Auf dieses... Äh... Abonnenten... Abonnenten... Auf dieses Foto... Nicht auf jetzt auf einem Video drauf. Oder ja... Auf Video... Und dann lasst ein Like da... Und einfach mal... Den Kommentar schreiben. So. Dann... Geht's dann los mit dem... Den Grabensimmelmator.